Hallo ihr Lieben, jawohl, heute melde ich mich mit einem für mich sehr wichtigen Video. Und ja, erstmal ein kleiner Halt natürlich und dann teste ich aber auch die Sachen. Und zwar wollte ich, oder ich liebe euch schon total lange, mit den Distress Oxide Inks. Und da kostet ein Stempelset so 6 Euro ungefähr und die Nachfüller kosten nur 5 Euro. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich die Nachfüller kaufe, habe ich erstens immer flüssige Farbe, weil so ein Stempelpad trocknet ja irgendwann nach Jahren mal ein. Also ich habe diese kleinen Distress Inks, die normalen Stempelkisten, die sind jetzt selbst nach anderthalb Jahren noch nicht eingetrocknet. Aber ich habe immer die Befürchtung, wenn irgendwas eintrocknet, kann ich es nicht mehr verwenden. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich doch die Nachfüller kaufe und auf solch ein Distress Tool gebe, dann könnte ich doch damit eigentlich genau das gleiche machen. Also auch verblenden, wenn ich genug Farbe drauf tue, auch den Stempel damit einfärben und so weiter und so fort. Also eigentlich müsste das doch genau so fluppen wie das Kissen. Und wenn ich dann dieses Schaumstoffding anschließend in kleine Zipperbeutelchen tue, dann müsste das doch auch eigentlich nicht eintrocknen. Und selbst wenn, tue ich halt wieder neue Farbe drauf. Nun ja, auf jeden Fall habe ich mir diese Fragen gestellt. Ich habe noch in Facebook gefragt, aber niemand, der die Nachfüller hat, hat sich drauf gemeldet. Viele haben, oder zwei Leute haben geschrieben, ja, könnte man eigentlich schon machen, aber es trocknet ja auch ein. Oder beim Verblenden hat man halt, ähm, ja, Punkte, wie auch immer, Tritra, Trulala. Ich habe schon mal mit dem Distress Inks ganz normal das probiert. Zum Verblenden reicht es. Nur die Distress Oxides sind ja halt auch ein bisschen, ähm, vielseitiger. Man kann ja damit auch stempeln und alles. Und ja, wie gesagt, ich habe überall im Internet geschaut. Nirgendwo hat das jemand ausprobiert. Es gibt Videos bei YouTube, wo Leute, was weiß ich, 30 Methoden mit Distress Inks, äh, Oxides zeigen. Aber da ist nicht die Methode dabei, wo die direkt die Farbe auf diesen Schwamm tun. Und ja, das hat mich gefuchst. Auf jeden Fall habe ich dann letztendlich bestellt. Und zwar auch 14 verschiedene Farben. Und zwar bei Irish Teddys. Irish Teddys hatte bis gestern noch 25%. So, ich hatte einen anderen Shop. Das war auch das Lustige. Ich wollte genau diese Farben haben. Eigentlich wollte ich nur 10, aber da, ja. Ich wollte eigentlich nur 10 Farben. Und da hatte ich drei Shops im Augenblick, also im Blickwinkel, der die auch alle vorrätig hatte. Als ich dann mal bestellen wollte, waren wieder drei weg. Dann hätte ich ja in einem anderen Shop bestellen müssen. Der andere Shop hatte aber 20 Euro Mindestbestellwert und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesehen, Irish Teddys hat 25%. Irish Teddys hatte alle Farben, die ich wollte. Und somit habe ich für meine 14, für meine 14 Dinger, habe ich noch statt 77 Euro, habe ich 19,25 Euro Rabatt bekommen. Und habe letztendlich nur 48, also in Anführungszeichen nur, da 57,75 Euro bezahlt. Und somit habe ich eins statt 5,50 Euro für nur 4,10 Euro bekommen. Und da muss man mal sagen, hey, krass, oder? Ja, das ist echt jetzt ein Schnäppchen und deswegen habe ich da 10, auch 14 mitgenommen. Und dann, weil der Rabatt ja noch nicht genug war, habe ich sogar noch ein Goodie bekommen. Das hat mal 95 Cent gekostet, oder kostet eigentlich 95 Cent, aber ich meine, der Preis ist ja egal, aber 95 Cent sind 95 Cent. Und zwar von dieser Marke, da habe ich in der letzten Zeit schon öfter mal was von gehört, aber mir ist die eigentlich noch nicht bekannt. Und zwar sind das Holz, Holzkatz, voll süß mit, mit Blättern, z.B. hier, wie heißt es, Mistelzweigen, genau, Mistelzweigen und diesen Bären kann man sich natürlich wunderschön mit Distress Oxidien oder mit Alkoholinkse, ich habe ja so Zeug, alles, kann man sich natürlich wunderbar einfärben. Und bei Irish Tettys bekommt man immer so ein süßes Kärtchen, davon habe ich bereits schon zwei oder drei, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das verwahre ich immer. Da steht halt dann immer noch die Adresse von Irish Tettys drauf. Ich denke mal, ich kann das zeigen, weil wenn man auf irischtettys.com geht, sieht man ja eh im Impressum, wo das ist, ja, um halt die Bestellnummer. Und ja, so ist das. Und ich habe, ich zeige euch mal gerade die Farben, ich habe die hier so ein bisschen geordnet. Ich habe bestellt Faded Jeans, Salty Ocean, Broken China, aber ich zeige es, ne, ich zeige es euch nicht, ihr kennt die Farben. Also Faded Jeans, Salty Ocean, Broken China, Wilded Violet, Seedless Preserved, hier, wie heißt es, Picked Raspberry, Calvary Candidate Apple, also Candidate Apfel, Spiced Marmalade, Fossilized Amber, Twisted Citron, Cracked Pistachio, Lucky Clover, Peacock Feathers, eins meiner Lieblingsfarben, ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ja, und Plex Sud. Okay, und dann teste ich es mal. Hätte ich das hier das, mache ich ab, damit ich einen komplett unverfälschten Eindruck habe. Ich habe mir bereits auch kleine Zipperbeutelchen zurechtgelegt. Ich habe mir Feuchttücher zurechtgelegt. Ich habe mir neue Dinger hier zurechtgelegt. Ich habe mir einen Stempel zurechtgelegt und mein Stamping-Ding, mein neues Schätzchen, was ich auch noch nicht probiert habe. Das muss ich aber gerade mal ein bisschen modifizieren. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. So, ich habe jetzt hier an den Magneten mir die Washi-Tape-Dinger befestigt, damit ich mit den Laschen halt die Magnete hochheben kann. Ich werde in diesem Video aber jetzt auch wirklich nur zeigen, wie es geht mit dem Verblenden und wie es geht mit dem Stempeln. Die Technik, dass man auch wie bei den Stempelkissen einfach ein paar Tropfen auf die Arbeitsplatte macht und mit Wasser besprüht und so. Also, da gibt es genügend Videos. Ich meine, kann ich natürlich auch gerne machen, werde ich eventuell auch machen. Mit der Cellifed werde ich es auch ausprobieren. Bei mir geht es hauptsächlich darum, kann man es verblenden oder kann man es nicht. So, ich habe hier 250 Gramm Papier. Ich glaube, das ist sogar das Copic-Papier. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall probiere ich es jetzt mal. Okay, welche Farbe nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, die, die mich am meisten interessiert, weil ich mir nicht sicher war, ob ich sie haben will, ist Salty Ocean. Nein, gar nicht wahr. Das war Broken China. Broken China. Bei Broken China war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich sie haben will. Weil, ich weiß nicht, irgendwie sagte sie mir nicht zu. Ich hoffe, ihr seid so tief genug unten. Klingt auch, ne? Ihr seid tief genug unten. Ja, ich kann euch auch hier ein bisschen noch ranzoomen, so. So. Aber dann ist es halt meist ein bisschen unscharf. Aber ich zoome euch dann auch raus. Okay, wir öffnen es. Ich habe noch oftmaligem Schütteln. Also, man muss es schon extrem schütteln. Die Spitze ist ganz fein. Aber das sind halt jetzt so Basics. Es stellt sich jetzt natürlich auch nicht komplett scharf, weil ich da rangezoomt habe. So. Und dann probieren wir es mal. So, ich habe hier irgendwo auch ein Plastikteil. So, ich habe hier so ein Plastikteil. Das ist von einem Sortierkasten, so ein Zwischenteil. Und das habe ich mir auch mal geholt, weil dann kann ich die Farbe halt auch ein bisschen mit auseinanderblättern. Damit ich wirklich nicht irgendwo extreme Datschen habe. Okay. Und dann fangen wir mal an. Lege ich mir auch was drunter. Ja. Warum nicht? Hier habe ich ein Schmierblatt. Das lege ich drunter. Wie gesagt, ich zoome euch. Okay, man muss es vielleicht vorher wirklich erst ein bisschen abstreifen. Ich glaube, wenn man sich hier so ein paar Tröpfchen oder ein Tröpfchen drauf gibt, hat man es ein bisschen einfacher. Ja. Also. Ich zoome euch mal wieder raus. Also. Das hier war jetzt sofort ohne Abtupfen aufs Plattpapier. Es ist also. Ja. So. Da habe ich es. Also hier. Habe ich es vorher auf dem Papier abgetupft. Und hier habe ich nur ein Pünktchen benutzt. Ja. Also ich würde sagen, natürlich kommt es jetzt nicht unbedingt an ein fertiges Stempelkissen ran. Aber. Man kann es durchaus verwenden. Jetzt probiere ich noch, wie es denn aussieht, wenn ich Tropfen drauf mache. Tuten tun. Und das jetzt verblende. Ja. Okay. Es bleibt halt. Das Zentrum bleibt. Ja. Ja. Aber für meine Zwecke würde ich sagen, reicht mir das. Also. Ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm. So. Und dann. Ja. Ich meine natürlich. Ich meine, wenn man jetzt noch. Ähm. Wenn man jetzt noch. Routine. Oder. Ne. Übung. Übung sagt man. Wenn man jetzt noch Übung da drin hat. Dann. Also wenn man irgendwie ein Gefühl entwickelt hat, wie viel Farbe man nun drauf gibt am besten. Oder wie man die Farbe am besten verteilt oder so. Also ich glaube, dann könnte das auch drin hauen, dass man es wirklich ganz normal verwendet. So. Jetzt schüttel ich noch gerade das Schwarze auf. Denn wir machen jetzt noch das mit dem Stempel. Ich weiß. Ach nein. Jetzt sind mir die ganzen Tüchen runtergefallen. Durch meinen dicken Bauch. Das ist immer praktisch. Wenn mir irgendwas runterfällt. Dann muss ich nur meinen Bauch gegen die Tischplatte. Also wenn man schnell genug ist, muss ich nur den Bauch gegen die Tischplatte drücken. Und dann sammelt sich alles an meinem Bauch. Cool, ne. Ist nicht immer nur Nachteile, wenn man dick ist. So. Ich glaube, ich habe es genug aufgeschüttelt. Oder? Ach, ich mag ja dieses Geräusch von diesen Kerlen total. So, ich glaube, es reicht. So. Tütchen habe ich. Ein weißes, neues Stückchen Papier habe ich. Einen Stempel habe ich. Welchen Stempel benutze ich? Ich glaube, ich benutze hier oben einfach den runden. Der hat nämlich so ein bisschen Crunch-mäßig. Ich kann ja hinterher noch einen anderen verwenden. Ach. So. Da oben das Herz verwende ich. Ich denke mal, danach werde ich auch noch eine Schrift versuchen. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie es wird. So. Dann bereite ich hier schon mal vor. Tam, 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 tam. Ach, ihr seht es nicht. Das kann ich euch ja auch zeigen. Boah, die Magnete, die sind übelst böse. Wenn man die wirklich in der Hand hat und die knappen zusammen und man hat so ein bisschen Haut dazwischen, das tut sehr weh. Das tut sehr weh. So, jetzt präpariere ich das Ding. Ich benutze jetzt einfach den blauen. Da ist eh keine Farbe mehr drin. Ach, guckt euch das mal an. Naja, es ist ja nur Plastik. Ach, ist aber traurig. Jetzt ist nur ein bisschen abgedrückt. Ich glaube, das reicht schon. Machen wir hier wieder mit dem Spatel. Oh, das ist aber ein Schaden. Tut mir aber jetzt leid für die Flasche. Ich leide mit dir. Okay, okay. Dann schauen wir mal, wie das so ist. Ja, okay. Es bekommt halt die Optik vom Schwamm. So, Vlies wäre vielleicht besser, aber man könnte das ja auch auf ein Babytuch tun. Babytuch ist ja Vlies. Und wenn ich das aber jetzt auch nochmal abstempele. Oder gucken. Also bis jetzt sieht es so aus. Man sieht halt, dass es mit einem Schwamm aufgetragen wurde. Wird auch nicht besser. Ich wechsle einfach mal den Stempel. Vielleicht liegt es am Stempel schon. Kann auch sein. Weil der Stempel ist ja auch nicht exakt. Mal schauen. Was hätte ich denn sonst noch? Ja, nehmen wir doch einfach mal einen Spruch. Nehmen wir mal Sending Love to You. Der scheint recht schön und eben zu sein. Oh, das drehe ich einfach um. Ich habe das jetzt einfach umgedreht. Boah, das tut so weh. Wenn man... Ich weiß nicht, ich komme da nicht drüber hinweg, dass das so weh tut. So, Sending Love muss ja auch gerade sein. Ich mache jetzt hier keine neue Tinte mehr dran. So, einmal mit gestupft. Man sieht zwar immer noch, dass es... ein Schwamm aufgetragen wurde. Ja. So, und jetzt mache ich das. Mit Kreisenbewegung. Ich habe es jetzt gerade mal an eine andere Stelle positioniert. Mal gucken, wie es aussieht, wenn man die Farbe anders aufgetragen hat. Das ist nicht mehr so eine Farbe, so wie es aussieht. Und... Dann... könnte ich noch, oder schwerte noch... Ich werde es jetzt noch in einer anderen Technik ausprobieren. Und zwar werde ich jetzt wirklich mal ein Babytuch nehmen. Das ist auch schon trocken, also ausgetrocknet. Die sind... Ja. Bei mir ausgetrocknet. Ich benutze die nicht oft. So. Ich tue jetzt ja auch echt nur ein Tröpfelchen verwenden. Weil... Ich muss ja auch nichts verschwenden. Oder ich mache... Ja, irgendeine Möglichkeit. Wird es da schon geben. Ansonsten kaufe ich mal leere... Mal leere Stempelkäßen. Ja, die Methode, die kann man komplett... So. In der Mitte... Aufgestupft... Aufgewicht... Mit Babytuch. Also, aufgetupft. Aufgewicht... Babytuch. Ja... Da fällt mir bestimmt noch irgendeine bessere Lösung ein. Oder irgendein besseres Material. Ich habe auch noch die... Die Filzdinger, die man für die Alkohol-Inks verwendet, könnte ich natürlich jetzt auch noch ausprobieren. Boah, das macht aber ziemlich viel Dreck, das Zeug. Schmiert alles. Moment, Quilt. So, jetzt habe ich mal mein Distress-Tool geholt. Das große. Und zwar mit diesen Filzdingern. Also, das ist jetzt nicht wie das. So, Telefon hat geklingelt. Das hier sind diese aus Schaumstoff. Und das hier ist halt Fleece. Und ich benutze das jetzt einfach mal. Ich benutze auch hier gerade mal das schon benutzte. Da sind jetzt Alkohol-Inks drauf. Und, ja, ich benutze einfach mal hier die Ecke dann für die Distress Oxide. So, ich habe mir auch schon ein neues Blatt geholt. Und den Stempel schon wieder an die richtige Stelle positioniert. Da will aber jemand dringend was von mir. Und so sieht es aus mit dem Filz. Im Vergleich zu dem hier. Ja, also Filz kommt dann schon an, schon, ich weiß nicht. Am besten ist dann doch das obere in der Mitte. Das aufgetupfte. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ich meine, ein Stempelkissen habe ich eh genügend. Daran liegt es jetzt nicht. Aber ich wollte es halt gerne testen. Und ich bin halt ein Fuchs, auch wenn es meistens nicht um viel Geld geht. Aber ich spare schon gerne oder greife gerne Schnäppchen ab. Und freue mich dann natürlich auch immer, wenn es so funktioniert, wie ich will. Und in meinem Fall, ich würde sagen, für mich, so jetzt aktuell, für mich reicht das Ergebnis so, wie es ist. Also, natürlich könnte es besser sein. Aber ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm. So, dann danke ich euch fürs Zugucken. Vielleicht hat es euch ja auch irgendwie so ein bisschen geholfen, wenn ihr mehr an Techniken mit den Distress Oxiden Refills sehen wollt. Dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Sehr gerne mache ich das dann. Und ansonsten, ja, ich meine, die Refills sind natürlich super. Die kann man natürlich auch für die Rasierschaumtechnik, für die Seifenblasentechnik und, und, und verwenden. Das ist immerhin eine flüssige Farbe. Auch Aquarell kann man damit super machen. Ich meine, das geht mit den Kissen auch, ja, natürlich. Aber, ja, das hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, ich bin auf jeden Fall fröhlich, dass ich die in Flüssig habe. Und, ja, okidoki, man hört sich. Tschö, tschö, tschö.